und damit herzlich willkommen zurück zu let's play super super mit boy hier und wir waren stehen geblieben bei kapitel 15 fährte breaker ist das wieder auf ich habe keine ahnung ob wir warum das auf englisch ist ich glaube wegen dem deutsch ist doch jetzt auch machen wir einfach spiel das spiel ach das level ich habe dich auch lieb ja das habe ich nicht kommen sehen dass man genau dahin springen uns wenn du an serious or no not really nein 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 ja danke jo merci jo nochmals und was man schon ziemlich genau das ganze man muss auch gut mit dem platz vom tempo mitteilen und man kann nicht einfach konstant lehrt das also wer hat sich ich bin zu sehr an der struktur gewinnt man kann ich einfach springen gedrückt halten in dem fall der a knopf oder bei mir der viereck knopf nicht halt der kreis knopf hat mich vertan tut mir leid und ja das war ich bin zu sehr an der struktur gewinnt wenn man wirklich hart gericht nie konstant nur maximal sprung höher ist man zu schnell ertanker nein 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 ich bin zu sehr an der struktur gewinnt mann da bin ich gerade echt verzweifelt also ich weiß dann nicht wo ich dann hin soll ach so okay ja das beantwortet alles gut zu wissen ich habe immer zu hoch komm schon selber ist eigentlich gar nicht so schwer ich steig mich mal wieder an danke so schwer war es wirklich nicht ja okay das ist auch mal eine art und weise leute zu nerven stell das teil einfach so dahin das ist ein total auf den piss geht ach das ist glaube ich wegen der bandage ja super dankeschön ne und musik ne ich mag die super mit bei musik wirklich weiß ich hab da schon 10.000 fach trilliarden mal erwähnt aber ich könnte es noch 10.000 fern mal erwähnen denn ich mag sie einfach das ist wirklich die art der musik die ich mag könnte eigentlich theoretisch die bandage schon holen während ich mich darauf konzentriere hier überhaupt durchzukommen aber oder vielleicht doch na wow da war wieder dieser glitsch der hat mir einiges an zeit gespart dankeschön jetzt habe ich mal wenigstens alle folge sortier okay keine gute idee ich sehe sein wie soll man dann zur hölle noch mal ein schüssel klingen wenn man auch noch auf die kettensägen war hat das nein das muss alles nur gut laufen nein okay ich weiß nicht, es muss es gehen heul geht schnell und danke Levelbegrenzung hallo Lex man, ich hab extra alles geschlossen und wieder neu aufgemacht in der Hoffnung, dass ihr aufhört aber das hört nicht auf einen Moment, ich probiere noch einmal ganz kurz was und wir sehen uns gleich wieder wenn es bisher nicht funktioniert dann müsste ich die Aufnahme leider verschieben bis gleich und damit herzlich willkommen zurück hier wieder ingame ich werde jetzt Sprinten-Taster drücken einfach mal gucken ob das jetzt aufgehört hat mit den Lags oder auch nicht was mache ich denn so wenn nicht, dann werde ich das wirklich verschieben wenn es dann jetzt doch mal wieder funktioniert hier kommt man hoffentlich sieht man meinen Mausteiger nicht so, jetzt sieht man den garantiert nicht mit einem schnellen Ruck aus dem Bildschirm verfrachtet was zur Hölle die Plattform hat mich gerade übelst so beschleunigt mit übelst so meine ich wirklich übelst kommt schon mhm so nein so so nein das ist schon viel zu spät warum versuche ich es eigentlich da hab mein Stuhl ganz laut geknarcht komm 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 das ist ziemlich knapp dort aber ach komm schon komm schon mach doch einfach das was ich will mhm oi 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 ne neun ja den hab ich schon gebracht ich war jetzt vor kurzer Zeit erst oi 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 stiller Moment der Stille ist still oh man das ich spiel gerade voll fail seit der Pause habe ich das Gefühl da voll dies meilen das boah solche Aktionen hätte ich da zum Beispiel nicht gebracht weil ich mal gewartet hätte wow ich hab gedacht ich werde tot wow na komm frag mich gerade eben wieder ob das möglich ist die Bandage einzusammeln während man einfach an ihr bei schlittert so wie das bei der Ollen Tosnel da mal möglich war ja warum nenne ich die Ollen Tosnel nicht einfaches Busch ja das wäre eine schöne Beleidigung für sie nein okay das sieht nicht na dann ist ja auch schön zu wissen apropos da kriege ich gerade eine Idee und ich weiß nicht ob ich das jetzt ausprobieren soll oder nicht okay ich probiere es einfach mal aus denn so wird das gerade eben gar nichts auch wenn das vorhin schon zweimal fast geklappt hat tö muss ich mich auch hier nicht so ganz beeilen hauptsache ich treffe die Plattform das ohne große Probleme läuft um meilenweit einfacher ja wenn man da nicht so fällt da hat mich die Plattform wieder kurz beschleunigt und ich hatte Angst runterzufallen hüpf sammelt die Bandage ein na krieg ich nie obwohl das könnte es dann knapp werden danach aber so oder so eine Sache ist immer knapp also von daher wow dass ich die noch gekriegt hab das ist wow wow dass ich da nicht gestorben bin grenzt schon an Cheaterei scheiß Cheater no nicht na ja danke springt der kleine einfach mal so nicht hoch genug ich glaub es hackt hallo ich mag dich auch Plattform ich mag dich auch hat sie mir in dem Moment gezeigt hat sie mich zerquetscht hat wie sehr sie mich lieb hat ja danke so das ist kein Problem wenn man sich da nicht total dumm anstellt so wie ich ganz gerne mal hallo damit zu meinen Schüssen ein vor allem bewegst du dich mal nach rechts so ganz minimal so wie ich das dir eigentlich per Gamepad befehle danke schön ach komm schon man so nein aber dafür hätte ich die Patron getroffen würde sie sich nicht bewegen Tate die tete minus zwei punkte oder im mieter sprache ausgedrückt plus 20 tote das wird knapp genau das wird knapp nein sind zu früh warum so na also geht doch dankeschön lala warten alter mann ist kein d alte plattform ist kein d zug einer der war schlecht nur das gehörte dazu übrigens da wo es bändisch wird und entsteht das sieht aus wie eine 9 und wenn wir den schluss war aktiviert kriegen sieht das noch mehr aus weil er dann der eine punkte frei ist und dann sieht das auch mehr so aus wie nach vielleicht zum komischen drehteil oben so dann holen wir mal wieder diesen schlüssel geil super mieter ist abgestürzt wir sehen uns dann gleich wieder